Du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal, was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer, mit Betonung auf wahr. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Mathe-Prüfung nie bestanden. Ich hab von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war drei Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Experimenteller Kram. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder Ja noch Nein. Ah. Hier sieht's noch genauso aus wie vor zehn Jahren. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten Nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt. Und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wollen wir? Die Luft ist rein. Komm. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich glaube, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Jetzt anschlagt der Rookie Allstar. Die Nummer 12. Warte. Das ist Rightfield, Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Warte, wer sieht uns? Dieser Dabel ist die Rettung. Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch vieler sehen. Ziel einfach auf was Lautes. Eimer? Und die Spiele sind der Herausforderung gerecht. Flash, mach dich auf was gefasst. Ja. Gut. Jetzt los. Sowas machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey. Ganz vergessen. Ich hab meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir trennen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist das? Wir haben Ärger. Wir haben Ärger. Hilfe! Hilfe! Nein, ich hab nichts mehr. Wo bist du, du Mistkarr? Jemand spielt hier einen Streif, was? Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Moment. Im Fotolabor hab ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Er muss hier irgendwo sein. Oh. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Der Weg ist frei. Also los. Was war das? Shit. Shit. Untertitelung des ZDF, 2020